Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Eröffnen unsere Herzen und unser Ohr. Eröffnen unsere Herzen und unser Ohr. Eröffnen unsere Herzen und unser Ohr.